Hallo Leute und willkommen zurück zu Core Island, die ist die 23. Wir haben Post. Wir haben Post gekriegt. Ich begrüsste Bombi. Ich freue mich anzukündigen, dass Starlet Town bei der Stadtbewertung die Note 4 erhalten hat. Wir kommen wieder näher an unsere alte Bewertung. Es kann nur Gutes heissen. Dank des Ausstiegs bekommen wir wieder mehr Besucher und alte Lieferanten. Bei Sam sind jetzt einzigartige Feldfrüchte erhältlich. Bei Jack und anderen und andere neue Arten von Kleidung und Möbel bei Wabanana. Ausserdem kann Joko jetzt einen Hühnersaal und eine Scheune bauen. Also schau unbedingt bei Ihnen allen vorbei. Danke noch einmal für eure Bemühungen dieser Stadt zu helfen. Man sieht, wie unsere Nachbarn ihre Leidenschaft für Starlet Town wieder entdecken. Weiter so. Hallo Wombi. Die Laboratoren können auch können noch mehr Forschungen machen. Besonders auf Crops, Seeds und Decker. Bei Gruison, die Stadt hat immer erlebt. Auch und so konnten wir endlich unseren Schmelzofen aufwerten. Jetzt können wir hochwertige Werkzeuge verarbeiten. Komm vorbei Musik und zieh es dir an. Produziert. Kommби. Komm. Komm zurück! Komm vorbei! Komm vorbei. Kommploser? Kommw nochmal hier? Komm. Komm komm. 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Ich danke Ihnen, meine Lieben, Sie sind sehr froh. Sie sind so froh, ich danke Ihnen. Ich danke Ihnen, meine Lieben, ich danke Ihnen, meine Lieben, ich danke Ihnen, meine Lieben, hinzu. Das heiss, vielleicht ein wenig aber nicht unerträglich. Ich muss mehr Wasser für die Tiere herausstellen. Werden Sie dies im Sommer Kaffeebohnen anpflanzen? Nein, ich habe noch keine. Ich habe noch keine. Die Braue finden vorne in einem Fass und Kaffee herzustellen. Oh, keine Zamen. Da bin ich auch sehr selten drinnen. Da isst auch niemand. 1.0 1.2.3. Musst du, dass Schildkröten öfter Müll fressen? Sie halten den Müll für Plankton oder Algen, die Wasser treiben. Sie können ihnen allerdings nicht mehr dauern. Müll ist sehr schädlich für die Tierwelt. Mir geht es heute gut. Noah liebt geröstete Pilze, aber aus irgendeinem Grund mag er sie nicht roh. Wie kann ich ihm schon wieder eine Blume geben? Ich danke Ihnen noch mehr vielmals. Sam ist ein toller Boss. Er mag erst ein wenig abschreckend wirken, aber eigentlich ist er ganz nett. Er ist allerdings ein direkter Typ. Er wäre schön. Das wäre so. Ich bliebe das, was wir tun können. Ich würde es sonst noch nicht angeln. Du bekommst ihn ein wenig abschließen. Jetzt wären wir noch ein paar Minuten. Wenn das so. Wir beginnen. Oder die Kinder werden. Und die Kinder werden. 2 Minuten. Ich muss auch mal ein bisschen Rutschern Rotkorn Ja 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 Sauerpflanzen Scheiße Kein Jackfruit Ob das im Sommer, aber mein Sommer ist jetzt schon gerade vorbei Ja, dann kaufen wir halt nichts Kalendar Jäger Kieger Kieger Wollung Jäger Ja Ja Ja, ja, großartig, danke Ihnen. Rez. Bisschen du. Nina, ich würde dich ja hier rein bitten, aber das Haus riecht noch immer ein bisschen muffig. Vielleicht nächstes Mal. Ja, danke für das Geschenk, mein Schatz. Ja, danke. 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 Willi-Stulich nicht unbedingt. Eleonora, zu dieser Jahreszeit kann es sehr anstrengend sein, am Strand zu wohnen. Auch wenn unsere Fenster offen sind, können wir manchmal die Hitze in der Nacht kaum aushalten. Oh, sehe sich das mal einer an. Was für eine nette Überraschung. Ich bin sicher, dass ich das gut gebrauchen kann. Daher kommt es любовN. Ich würde sagen, dass es mit einer gewissen Kwelle geht, wie ich mich dabei sage. Oh, das ist schon ein neues Konrad. Das ist schon ein neues Konrad. Was ist das? Und ich bin froh und ich bin froh und ich bin froh. I'm going up to outside for by. Oh, wo wird das Gras hingenommen? Kuchen. WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020